Hier präsentieren wir die 5 besten Laubbläser Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Einhell Acke Laubbläser. Liste zu starten Nummer 5. Einhell. Und Hauswirtin, Kind oder Rentner mit ihm ohne Mühe umgehen kann. Dank des ergonomischen Handgriffs mit Gummierung liegt dieser Laubbläser perfekt in der Hand. Der Einhell GCL 18 ist mit einem 18V Leon Akku mit Kapazität von 1500 mal ausgestattet. Das Fehlen an verknoten Kabeln und die Unabhängigkeit vom Stromnetz ermöglichen die einfache Säuberung von Grundstücksflächen an den schwer erreichbaren Stellen. Dieses Gerät bietet sehr hohe und einwandfreie Bewegungsfreiheit und kann nur als ein Laubgebläser mit Blasfunktion verwendet werden. Nummer 4. MC Kulloch Laubbläser GBV 325. Dieses Modell ist mit Benzinmotor ausgestattet und zeichnet sich unter vergleichbaren Modellen durch niedrigen Preis und hohe Kapazität aus. Sein Zweitaktmotor mit 25 ccm Hubraum bietet die Ausgangsleistung von 0.75 kW. Die stellt Ihnen die Geschwindigkeit des Luftstroms von 320 km pro Stunde zur Verfügung. Der MC Kulloch GV 325 entfernt nasse sowie trockene Blätter, Äste, Gartenabfälle und sogar leichten Schnee mit Leichtigkeit. Bei Bedarf lässt sich die Luftstromgeschwindigkeit über einen speziellen Regelhebel am Handgriff ohne Mühe vorstellen. Dank der Kraftstoffpumpe erfolgt das Starten des Gerätes im Handumdrehen. Der Widerstand im Starterseil wurde reduziert, um mehr Komfort beim Starten zu bieten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3. Bosch-Acke-Laubbläser Alp 36 Lee Wenn Sie bis heute einen Besen und einen Rechen für die Laubbeseitigung in Ihrem Garten nutzen, so können Sie sich für immer diese Gartenwerkzeuge aus Ihrem Kopf schlagen. Sie brauchen viel Zeit und Kraftaufwand. Herabgefallene Blätter, kleine Äste und die Reste des abgeschnittenen Grases schnell zu entfernen, hilft Ihnen der äußerst mobile Laubbläser Bosch-Alp 36 Lee. Da dieser Akku betrieben ist, so verleiht Ihnen diese Lösung volle Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit der Pflegearbeiten in jedem Teil Ihres Gartens. Mit diesem Laubbläser können Sie die Gartenpflegearbeiten ohne Stromnetz, Lärmbelastung und Abgase mit hohem Komfort leisten. Nummer 2. Markita Benzin Gebläses Mark BHX 2501 Dieses universelle Gerät wird zum zuverlässigen Helfer in Ihrem Garten. Es gehört zu den benzinbetriebenen Modellen und ist mit einem Viertaktmotor mit 24.5 cm Hubraum und Leistung von 0.81 kW ausgestattet. Dank der hohen Leistungsfähigkeit bietet sein Motor das Luftvolumen von 0.01 m Schrägstrich mit Luftgeschwindigkeit von 235 km pro Stunde. Auf diese Weise können Sie mittels dieses Benzin Gebläses trockene sowie feuchte Blätter, kleine Äste, kleinen Müll und selbst schneemühelos entfernen. Wir finden auch das interessant, dass das Gerät bei vorhandensein von speziellem Absaugset als ein Absauggerät arbeiten kann. Dieses Absaugset ist optionell erhältlich. Solche ausgereifte Lösung ermöglicht die Sammlung von Blättern in einem Fangsack für Ihre weitere Entsorgung. Auch können Sie dank dieses Sets innerhalb eines Raumes, Set B, eine Werkstätte aufräumen. Dabei gewährleistet Ihnen dieses Benzin gebläsevolle Freiheit von Kabelsalat und Strom. Und die Nummer 1 unserer Liste. Laubbläser Sorghäcksler Blower Schräder Husqvarna 125 BVX Der Husqvarna 125 BVX ist einer der bequemsten, leichtesten und äußert leistungsstarken Laubbläser mit Benzinmotor. Dieser Laubbläser ist mit einem Zweitaktmotor ausgestattet, der Ihnen die 800W-Ausgangsleistung zur Verfügung stellt. Für die Füllung ist es notwendig, Benzin mit Öl zusammenzumischen oder dieses Kraftstoffgemisch separat zu kaufen. Dadurch, dass der Motor im Gerät die Gehäuse verborgen und sehr gut isoliert ist, ist der Geräuschspegel deutlich niedriger als bei vergleichbaren Benzin betriebenen Modellen. Dieser Laubbläser ist ideal für den persönlichen Bedarf und wird zu einem vielseitig einsetzbaren Helfer in zahlreichen Situationen. Dieser Laubbläser kann als Blasgerät sowie dank einer speziellen Saugdäse als Sauggerät eingesetzt werden. Für mehr Informationen Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video Danke fürs Zuschauen Abonnieren unseren YouTube-Kanal